hallo hallo ich meine freunde und herzlich willkommen heute ist wieder dienstag diffusion day ja mit dem lieben möller und falls ihr euch wundere warum ich das jetzt so komisch gemacht mein stuhl hat ganz komische geräusche gemacht deswegen saß ich jetzt so egal so wir kommen zur nächsten bombe pick up the pace okay wir haben drei minuten zeit drei module drei strikes drei minuten das wird ein sehr kurzer part denke ich mal ich starte mal so die screen is for your eyes only you are not allowed to look at it upon the fuse panel will so simon sess es blinkt das gelbe seriennummer ach so ach so ach so äh nee kein mal drin kein vokal gut gelbes licht rot ja so gelb grün grün richtig gelb grün blau rot grün gelb grün blau rot noch mal bitte gelb grün rot gelb grün blau rot rot grün also grün zwar gut rot grün gelb blau grün richtig so jetzt kommt wieder dabei rund okay dach an a1 a1 oder oben hat man gesagt buchstaben ja ok a5 a4 a4 genau du bist a5 nee das sind die beiden eingerahmen cats ja ich bin auf ich bin auf ich bin auf scheiße 1 2 3 4 5 6 auf 6 auf d6 gut und das dreieck willst du noch wissen ja das ist auf b1 b1 aber wir hatten von oben nach unten dann bezahlen ja ok dann b1 rechts rechts ja hoch ganz nach links ja ganz hoch ja ein nach rechts alter ach so wir haben noch ein button in den blauen button press drauf steht scheiße blauer button blau bla 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 knapp bisschen 40 sekunden ja ja blau masturb gelb Motorbung abboot bla 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 ähm batterie wie viel ach du kack wirst äh einer drauf drücken halten welches licht blau bei 4 loslassen ach du kacke job Okay, das ging jetzt schon ein bisschen knabber zu. Alter Schwede. 14 Sekunden, 69, 100 Sekunden. Hat man noch Zeit gehabt? Das war jetzt mal knapp, Freunde. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwann schaffen wir es noch mal mit einer Sekunde. So, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder, aber hören tun wir uns am Donnerstag, wenn nämlich der liebe Möller auf seinem Kanal entschärft, wo ich dann wieder im Hintergrund lustig im Textdokument rum texte. So, also dann Tschüss. Tschau sehen.